So, ich begrüße euch zu Twine. Wir spielen endlich das Indie-Spiel und ich kann mit dem Controller nichts steuern. Deswegen nehmen wir jetzt die Maus zur Hand und wir müssen das schnell machen. Denn wir haben das Spiel noch nie gestartet. Ich wusste gar nicht, dass es eine deutsche Sprachausgabe gibt, aber wir machen das schnell. Wir spielen Mittel, wir sind Noobs und Controller. Alter, Koop-Zocken wäre übelst chillig. Ich könnte einfach Controller nehmen. Warum bist du nicht zur Auswahl? Ja. So kann man fällen. Wir sehen uns gleich. So, wir sind zurück. Ich bin mit dem Controller, mit meinem Latein am Ende. Er erkennt den Controller. Wir können auch Tasten zuweisen, aber ich weiß nicht, wie man den auswählt. Deswegen stöpsel ich den Controller aus. Und wir starten jetzt dann auch mit dem LP. Das ist ein epischer Anfang. So muss das sein und vorbereitet. Oh Mann. Offentlich kriege ich den USB-Port jetzt raus. Das Geräusch tun wir jetzt gekonnt ignorieren. Dann spielen wir einfach mit der Tastatur zurück und wir wählen neues Spiel aus. Ähm, keine Ahnung. Wir wählen Mittel aus. Es war einmal in einem weit entfernten Land ein blühendes Königreich. Aber Friede würde nur so lang wehren, der alte König verstarb. Und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Aber der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker wurde. Angst ging um im Königreich und es war schon bald herrenlos. Allerdings sollte etwas geschehen, was den Lauf der Geschichte ändern sollte. Am Rande des Königreiches, nahe der Astralakademie, führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Die Zeit war gekommen. Oh ja, an diese epischen Ladesqueens mit Erzählungen erinnere ich mich. Also die Demo habe ich gezockt, das muss ich sagen. Bewegen und springen. Alles war perfekt. Sie hatte den Weg zum Schloss geschafft und würde nun bald den Schatz, den sie so sehr begehrte, in den Händen halten. Okay. Oh, okay, wir haben es langsam raus und wir erinnern uns. Ben, nutze den Enterhaken. Ach du Scheiße. Hä? So geht das, oder? Okay. Das kriege ich nicht runter. Okay, es war klar, dass es so gedacht war. Der sanfte Mond lächelte die Diebin an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Seltsamerweise erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins unbeschadet einzutreten. Ja, es ist wirklich sehr verdächtig. Das Geld lassen wir da und öffnen nun die Truhe. Ich habe ihn. Als die Diebin den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Unbemerkt von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Bei meinem Hut, ich muss entkommen. Er hatte die Sterne studiert und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen, welchen jeder Zauberer kennen muss. Natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern sollte. Dies misslang und verursachte einen zweiwöchigen Schlaf. Oha, okay, zweiwöchiger Schlaf klingt nicht gut. Ähm, ja. Dieser Raum sieht übelst interessant aus. Gucken wir uns mal an, was wir hier so alles machen können. Zack. Verdammt, das packen wir vom Gewicht nicht. Doch, doch, das geht. Nichts ist unmöglich mit der Macht, oder wie auch immer Yoda es gesagt hat. So, wir stapeln uns hier Kisten. Ich glaube, die dritte... Ja, das reicht. So müssten wir hochkommen. Ein grüner Trank, was auch immer du bist. Von euch gibt's 50. Das ist nicht... Das ist schon viel. Also irgendwie, das ist ein seltenes Item. Und wow. Ich weiß nicht, ob du... Siehst ein bisschen nutzlos aus. Hm, egal. Gucken wir uns hier einfach weiterhin um. Geht es jetzt oben oder unten weiter? Das ist die Frage. Ah, noch so einer. Okay. Okay, was auch immer ihr seid. Wir werden es noch früh genug herausfinden. So. Zeichne eine Kiste. Linke Maustaste. Okay. Das ist mal originell. Wir wollen noch nicht raus. Wir wollen hier alle Secrets lösen. Deswegen mal schauen, was sich hier tut. Nichts? Gar nichts? Hm. Komisch, komisch. Okay, tun wir dich mal ein bisschen hier hin. Okay. Okay. Okay, ich hab hier jetzt so eine Vorahnung, was hier gemacht werden muss. Bitte fall nicht runter. Verdammt. Das müssen wir neu machen. Ja, es muss schon eine Kiste sein, verdammt. Genau. Jetzt ist es richtig mittig da. Und ich meine, dass das jetzt erreichbar sein müsste. Oder geht das anders? Ah, so geht das. Okay. 55. Ich nehme an, 50 Stück gibt's in einem gesamten Level. Gesamtes Spielwert bisschen zu wenig. Der Zauberer sah in ein schimmerndes Licht am Schrein. Niemand war jahrhundertelang in der Lage, dem Schrein aufgrund antiker Magie nahe zu kommen, die den unbekannten Inhalt beschützte. Oh.